So, Overkill habe ich jetzt Guardian und die Vector und Suppressor freigeschalten für. Den Guardian, den kannst du relativ gut spielen, auf Stellung oder so. Ne Leute, nicht Slums nochmal. Woten mal bitte was anderes. Dann gehen wir mal raus, wenn ihr schon wieder das gleiche wollt. Ich mag nämlich nicht nochmal das gleiche spielen. Ein Schalldämpfer wäre natürlich schon nice. Den nehme ich jetzt mal mit. Ich brauche Bouncing Backview oder so, das wäre auch nice. So, ich nehme den Guardian mit, anstelle der Hunter Killer. Wir spielen mal eine Runde Stellung, hätte ich gesagt. Bist du ready? Ähm, ja. Ja, ja. Ja, Leute, falls ihr es noch nicht wisst, wir sind immer noch bei... RESTART TOGETHER, ja. Mit dem Chris zusammen. Richtig. Und immer noch ein paar anderen Leuten. Je nachdem, welche Episode wir mittlerweile sind. Und wir sind schon wieder hier. Komm, wir machen mal Mirage. Da habe ich noch nie Stellung gespielt, da weiß ich nicht mal, wo die Stellungen sind. Ich packe mir jetzt über meinen Hardliner ein, damit ich auch mal meine Killstreaks hinbekomme. Die voten sofort schon wieder für Slums. Ey Leute, seid ihr denn doof? Komm. Leute, bitte jetzt nicht. Komm. Wir haben doch gerade Slums gespielt. Ey, das gibt's nicht. Naja, anscheinend haben die keinen Bock. Ne, die haben wirklich keinen Bock. Ey, ihr müsst so sehen, wir sind nicht in der Party. Also wir sind in einem Private Chat gerade. Ja. Die Leute sind in unserer Party zwar drin. Und die Leute wollen wieder Slums sehen. Das heißt, jetzt gibt's dann für euch dreimal hintereinander Slums, sozusagen. Haben wir das jetzt dreimal hintereinander gespielt? Ja. Das letzte Match war Kill Confirmed. Das Match davor war Kill Confirmed auf Slums. Das heißt jetzt zum dritten Mal Slums. Tja. Da sieht man, dass das Ganze live ist. Nein, wir haben davor, haben wir Dinge gehabt. Downhill. Sorry. Stimmt, Leute. Wir haben Downhill davor gehabt. Und wir spielen Hardpoint. Und ich hab diesmal den Guardian dabei. Und ich versuch den Guardian mal zu erreichen und batch den dann mitten in den Hardpoint. Ich glaub, der erste Hardpoint bei Stellung ist direkt beim Brunnen, ne? Ja, normalerweise immer mittig der Map. Bin drin. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den schön defenden können. Einer ist am Hardpoint gewesen. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Habe ich ihn? Ja, ich hab ihn. Immer schön drauf achten, damit der Kreis nicht rot wird, liebe Freunde. Genau. Ich glaub, die spawnen gleich hinter uns. Oh, Nate, Nate, Nate. Geh mal schnell aus dem Hardpoint raus. Oh, da ist einer. Oh, der hat mich. Einer außerhalb des Hardpoints hat mich gehabt. So. Wir spielen jetzt aber auch wirklich Objective. Also ich zumindest. Ich bin die ganze Zeit nur im Hardpoint. Ey, dieser Exa-Wodka, der nervt mich, Mann. Den hab ich doch schon gehabt, ey. So, ich komm mal wieder schön in den Hardpoint rein. Ja, vielleicht schaffen wir es ja zu Null. Das wäre natürlich auch mal nice. Habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt der Hardpoint weg. So, auf zum nächsten Hardpoint. Und gleich Hardpoint geiern. Siehst du das auf dem Blackbird? Die gehen gar nicht zum Hardpoint. Siehst du das? Oben auf dem Auto steht einer. Schieß ihn mal. Chemex hört mich nicht. Der hört dich nicht, ja. Ich bleib jetzt schön beim Hardpoint. Der Sinn ist natürlich von Hardpoint bei Hardpoint im Hardpoint Kills zu machen. Aber das ist hier bei dem Hardpoint extrem schwierig. Weil die kommen nicht mal raus. Also ein bisschen rauslassen sollte man sie vielleicht schon. Bewege mich mal jetzt doch ein bisschen vor. Die kommen gar nicht. Siehst du das? Die bleiben einfach stehen bei sich. Naja gut, ich denke der nächste Hardpoint wird wahrscheinlich jetzt gleich gesettet. Von dem her. Ja, hier hast du oben die Zeitangabe. Stellung 4, 3, 2 und dann 1. Dann ist er weg. Ja und jetzt spawnen sie alle hinter mir. Geil. Oh, die haben den Hardpoint. Wow. Wow, das ist ein schlechtes Aim. Ich versuche mal von hinten auf den Hardpoint zu kommen. So, jetzt haben wir den Hardpoint wieder, Leute. Gehen wir aus dem Hardpoint raus. Ich bräuchte jetzt meinen Guardian langsam. Wo ist der? Die kommen alle von hinten. Ich versuche die mal abzufangen. Das Geschütz gibt einen Rückmarker. Guardian habe ich. Aber ich hebe mir den für den nächsten Hardpoint auf, den Guardian. Da ist er. Ist der in dem Haus, ne? Habe ich. Verbündete Drohne nähert sich. Also die Vorderseite. Hör mal den Guardian schön da auf. Ich habe den Guardian jetzt mal andere Seite hingestellt. Oh, perfekt. Wenn die jetzt da alle reinkommen, dann dürfte der Guardian einiges zu tun haben. Was? Der Guardian ist nicht mal eine Sekunde da und schon destroyed. Geil, Mann. Hier ist ein Wächter. Wie geil. Kann ich mir den nehmen? Ja, cool. Ich habe einen Wächter geklaut. Yeah. Ich bin so ein Assi, Alter. So ein Kameraden-Assi. Du hast von deinem eigenen Teammate den Guardian geklaut, oder was? Ja. Geiles Ding, Mann. Hardpoint ist wieder Mitte. Mitte, Mitte, Mitte. Schönes Ding. Wir haben nur noch ein paar Gegner gehabt, die spawnen jetzt wieder neu rein. So, einer spawnt da hinten in dem Haus. Ich könnte... Das ist mit dem, der bewegt sich gar nicht. Ich könnte Plünderer... Plünderer, wollte ich schon sagen. Plünderer gebrauchen. Boah, scheiße. Ich verpisse mich jetzt mal, denn ich brauche unbedingt eine Waffe. Ich habe hier noch drei Schuss. Na, das reicht nicht für den Gegner. Ich renne mal zu dem blauen Teammate hier hin. Das ist so schön. Ja, der Hardpoint ist ziemlich safe gerade, merke ich. Weil die kommen anscheinend aber auch nicht. Ne, gerade kommt keiner. Wir sind schön im Hardpoint drin und dominieren die. Also so gefällt mir das Objective Gameplay. Muss ich schon mal sagen. Gefällt mir gut. Ich habe jetzt mal hinten an den hier in Spawn mein Geschütz hingestellt. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Guardian hinstellen soll. Das geht doch nur bis 250, oder? Ja, ja. Da ist keiner mehr drin. Cool. Ja, das nennen wir doch mal Domination, oder? Obwohl wir Stellung spielen. Kommt keiner rein. Jetzt rasten sie alle aus hier. Ey, Wichser, Alter! Ich brauche dir ein paar auf die Fasse. Wie es alle um den Guardian rumfahnt, ey. Ja. Das ist doch mal richtig cool, ey. Irgendwie. Der letzte Kill 100 Stunden her. Gefühlt, oder? Ja. Wallhack, ne? Aber auf den hast du doch gewartet, oder? Hat mir mein Wallhack gerade angezeigt. Ne, er war ein Blackbird in der Luft. Ja. Es ist legitim Blackbird, sozusagen. So. Schon wieder 10 Kills ohne zu sterben. Jawohl. Wer es auch immer hat, dieses New-Zeichen wegzumachen, der möge jetzt einfach mal sagen, hier! Also irgendwie hat dir der Guardian nichts gebracht. Ich hab gedacht, der geht voll ab irgendwie, aber gerade ist er echt gar nicht abhängig. Ich nehm immer nur Geschütz mit. Ja, aber das Geschütz hab ich letztens mal dabei gehabt. Und da ist, also ich hab mit dem Philipp am Wochenende gespielt gehabt, und dann ist nichts passiert. Ich wusste nicht, wie man das platziert. Das ist, glaube ich, auch mal eine richtig geile Idee, sowas mal zu zeigen, wo man denn optimal ein Geschütz platziert, oder? Ja, also ich find die bei Domination halt ziemlich geil, wenn man jetzt zum Beispiel das Express spielt und man hat zwei Geschütze an jeder Ecke von dieser Bahnstrecke eins, ganz hinten in der Ecke haben die Gegner eigentlich keine Chance, weil die kommen so weit gar nicht. Und sterben dann halt. Boah, Blaser ist aus dem Kacken. Ich mach die irgendwie nicht. Magst du nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich find halt die B-Flagge, also jetzt in Domination, ist übelst umkämpft immer. Ja, das Problem ist, man kann halt auch aus der Distanz da draufballern an diesen Sniper-Spots, an diesen beiden. Da schießt man da einfach drauf und ich find das, ja, ist halt ein bisschen blöd. Aber es bringt auch ein bisschen Action rein. Aber ich glaub, das wollten die auch, weil wenn man dann auch hier so Richtung Disco läuft, dann dieser Kreis, wo die Säule in der Mitte ist, dass du überhaupt nicht durchgucken kannst. Der erste Hardpoint ist eh in der Disco, ne? Ja, hab ich schon. So, dann kommt gleich der erste Gegner, bestimmt. Ja, dann hol ich mir. Wer wollte zu mir? So, da gab's jetzt schon mal einen Assi. Boah, da ist ein Tech-Insert. Hinter uns! Oh! So, ab in die Disse. Ich brauch mir die B-23-R, ja man, ich hab jetzt hier die die Tech-45, die trocknen wir überhaupt nicht. Und hier. Immer schön, mucke, mucke, oh, da kommen sie jetzt. Ich hab keine Angst am Flurien. Da sind sie jetzt beide gekommen. Haben die schon wieder den Ding runtergegeiert? Ja, die schießen den Ding runter. Die schießen alles runter. Ist egal, ob das die UAV ist oder es bringt Punkte und ja, deswegen wird das runtergeschossen. Immer. Schau dir das an, schon wieder UAV-Dawn. Aber es ist so krass, wo ich sagen muss, auf der Xbox das runtergeschossen wird. Das hab ich sonst noch gar nicht irgendwo erlebt auf anderen Konsolen. Ich weiß nicht, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob bei euch viel gegeiert wird auf der PS3 oder so. Auf der Wii U. So, jetzt ist die Frage, ich hab jetzt mein Geschütz, hab ich jetzt, aber wo packe ich's hin? Du musst, warte lieber, bis die nächste Stellung da ist. Meinst? Ja. Was macht denn der da hinten? Hast du das gesehen? Der hat in die Luft geguckt. Ach, der wollte wieder runtergeiern oder was? Nice. Really nice. So, jetzt kommt. Ja, ja. Bam! Oh! Das war ein Multi, Basti, sein COD-Highlight 2013. Der war aber fett, der Multi, muss man schon sagen. Der war nicht schlecht. Der Multi war nicht schlecht, ja. Der kommt schon. Der will mich, der will mich. Der will dich. Ja, und er hat mich. Fuck you. Was hat der? Pornhub oder was? Die sind alle, die sind alle Disco. Ja, die sind alle Disco, da hau ich lieber nicht raus. Ich nehm mal meine, meine Sentry Gun mit, stell die mal schön in die Disco. Disco. Das war schön. Hier hin. In den seinen Rücken rein. Wo ist denn der Kollege hin? Das ist doch einer, oder? Dahinten ist einer, der alles runter schießt. Ja, ich hol mir den jetzt, komm, der rennt vor mir weg. Hab dich. So, Sentry Gun. So, ich hab dich jetzt mal hier ganz hinten in die eine Ecke gepackt. Jetzt seh ich wieder gar nichts. Drohne nähert sich. Du, 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 du. Ah. Drohne nähert sich. Orbital Satellite ist online. Drohne nähert sich. Zeig mal, was du drauf hast. Ich hab nur noch 32 Schuss. Ich hab, glaub ich, noch keinen einzigen Hardpoint eingenommen. Stolz auf mich. Ach, komm. Handy. Wie er nur in die Luft guckt, ey. Hans, guck in die Luft da. Kann ich mir nichts zum Munition sparen. Die spawnen jetzt da innen alle. Ich glaub, der eine guckt nur in die Luft, damit er sieht, ob er vielleicht irgendwo was runter schießt, runtergeiern kann. Ja? Ah, fuck. Jetzt hab ich eine RPG aufgehoben. Oh, Mann. Ich will doch nicht wieder RPG spielen. Ja, die geiern wirklich alles, was geht runter. Nein. Ich bin wieder gescheitert. Ich geh jetzt mal zum Hardpoint. So. Welche Sentry kann ich denn jetzt kontrollieren eigentlich? Die da momentan? Tö. Okay. Also irgendwie werden die Gards sowas von zerstört. Woah. Das war jetzt lach. Woah. Wo kam denn der her? Ich deppdrück an dauernden Messern auf dem SCUF-Controller. Meine Fresse, ey. Oh, den hab ich jetzt nicht gesehen. Scheiße, Mann. Ich war jetzt in Gedanken woanders. Gedanken woanders. Verbündeter Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Gib her. Gib deine Knarre her. Ey, die Sentrys überleben aber mal ganz schön lange, hätte ich gesagt, oder? Meine ist immer noch nicht kaputt. Ja, es kommt halt drauf an, wie... Er ist halt trotzdem mit einer EMP-Granate und das Ding ist weg, ne? Also ich finde, das ist schon krass. Nein, ich war doch schon lange um die Ecke, Mann. Das nervt mich vielleicht, ey. Ich hab so das Gefühl, ich hab noch gar kein einziges Ding geholt. Kein einziges, äh, gar kein einzigen Hardpoint. Aber es ist mir eigentlich vollkommen egal. Oh, ich hab, glaub ich hab aus Versehen einen eingenommen. Tja. Mit dem Blackbird in der Luft ist das natürlich schon schön. Muss man schon ehrlicherweise mal sagen. So, Sentry. Dann mal los. Hohoho. Und wieder nur einen. Ach komm, Leute. Also, äh, man kriegt auch, äh, Punkte, wenn man die Hunter-Killer kriegt man auch einen Stellungsabschuss, wenn man die aus der Stellung rauswirft. Ja? Ja, das wusste ich ja zum Beispiel auch nicht. Ja. Was hast du gemacht? Äh, die Hunter-Killer aus der Stellung rauswerfen. Dann kriegt man auch Stellungsabschuss. Naja, ist doch klar, oder? Oder bist du rausgelaufen aus der Stellung? Nee, nee. Und hast dann den Kill bekommen? Also, ich bin halt, hab die rausgeschmissen und bin rausgelaufen und hab dann den Kill bekommen. Wir haben nur noch einen Gegner, ne? Ja, der wird auch gleich gehen und dann haben wir erfolgreich die Runde. Zweimal hintereinander zerstört. Ja. Das ist ja sowas von fies, Alter. Der wird sich doch auch freuen, der Kollege. Oh, der schießt was runter. Ich glaub's ja nicht. Tch. Meine Sentry Gun steht hier alleine. Aber ich glaub, ich glaub wirklich, der macht, der spielt so mit Absicht. Also. Meinst du, der hat 2 zu 38? Ja, ich glaub wirklich... 2 zu 38, Mann. Ich glaub, der will einfach nur irgendwie mit dem RPG irgendwelche Abschüsse oder irgendwas schaffen. Nein, und ich lose gegen ihn das 1 gegen 1. Ich depp, Alter. Oh Mann, Basti. Oh, komm, ey. Ey, da konzentrierst du dich auf alles andere und kriegst du hier die Fresse nicht voll, ey. Gegen einen so'n Bob. Jetzt kommen welche rein. Ja, einer. Ja, einer ist reingekommen, aber der joint nicht. Ist ja auch kein Wunder, wenn hier irgendwie gar nix geht. Ich renne hin und her und es passiert nix. Der schießt schon wieder runter. Bester Typ, oder? Weil die Sentry Gun fühlt sich richtig einsam hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der schießt schon wieder runter. Ey, ich renne irgendwo hin und es ist keiner mehr da. Das ist so krass. Es ist nur immer nur noch der drinnen. Toll. Was für ein krasses Match, ey. Tja, was will man dazu sagen, ey. Stellung irgendwie Stellungsmeister, oder? Die Leute gehen alle raus. Ja, also, ich weiß nicht. Irgendwie der Modus. Ja, wir spielen jetzt mal eine Runde Herrschaft wieder, hätte ich gesagt. Ja, auf jeden Fall Herrschaft oder irgend sowas, wo man ein bisschen mehr machen kann. Weil das war jetzt echt...